Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge des Command & Conquer Alarmstubwoch 2 Letzt Plays, wo wir letzte Folge ja hier gesehen haben, dass die Party abging und richtig Einheiten rüber geschippert wurden. Ich ja dabei bin, eine Dev aufzubauen und auch eigentlich so langsam eine kleine Armee, mit der man was anfangen kann. Und es stellt sich momentan jetzt die Frage, wir werden am besten verfahren, ob wir jetzt langsam mal nach vorne fahren oder ob wir was lassen oder oder oder. Ich glaube aber, wenn ich das hier gleich sehe, werden die Sammler gleich ein folgendes Problem haben. Es gibt keine Ressourcen mehr da oben. Das heißt, die fangen jetzt an, große Runden zu drehen. Ergo, warte ich jetzt noch, bis dass die Ressourcen alle sind und dann würde ich sagen, machen wir mal einmal Go. Und dann schauen wir mal, wie am besten. Weil rein theoretisch, ja, müssten die jetzt langsam auf die Idee kommen, das hier, das oder das hier abzubauen. Und ich vermute mal, die bauen jetzt zuerst hier ab. Ich lasse sie einfach machen, so wie ihr es von mir gewohnt seid. Und sobald jetzt die Ressourcen alle sind, fahre ich hier nach vorne. Oder auch früher. Reparatur läuft. Wer ist weg? Und den da? Oh, falsches. Der da weg? Ach ja. Ich frag besser nicht. Gut. Äh, Reparatur läuft. Die passt auch. Ja, und ihr seht es, hier sammeln sie sich jetzt hier oben. Genau das, was der Plan war. In der Hoffnung, dass ihr euch jetzt hier nicht gegenseitig stundenlang blockiert. Muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Reparatur ist durch. So, ihr bekommt die zweimal. Ihr werdet jetzt die Eins. Und das ist aber ordentlich Party, die ich hier sehe. Einheit verloren. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ehrlich? Wo? Ähm. Wir erfolgreich sehen. Einheit verloren. Ich glaub, das Schiffe versenken nicht so gut, wie ich mir das erhofft hab. Das erste Ding ist weg. Ich versuch mein Glück hier hinten auf dem. Der da? Uh. Hier kommt der Damage her. Mhm. Gehen da weg. Äh. Stopp, stopp. Reparieren. Da drauf Damage. Ja. Also wir schaffen das, aber... Ich denke, ihr seht das Problem selber. Wir treffen nicht so richtig jetzt da drauf. Sehr gut. So. Hier wieder da sammeln. Hier da hin. Juiui. Das war... Das war... Knapper als erhofft. Ich lasse mal ganz kurz... Da will ich grad die Ressourcen hier rein ticken, weil die hier oben das alles abgebaut haben. Äh. Produktion. Es kann weiterlaufen. Ich wollte kurz sagen, wir warten mal kurz, bis die Ressourcen ausgegeben sind, aber nein. Wir machen weiter. Wir haben immer noch die Aufgabe, vernichten sie die Alliierte Flotte als... Einheit bereit. Zweites Ziel. Einheit bereit. Halte ich jetzt gleich noch einmal an? Nee. War jetzt kurz zum Überlegen, aber nee. Die Reparatur passt auch so. Den Angriff hab ich ja zum Glück abgewehrt bekommen, weil ich aber auch wusste, dass... Ich auf dem Wasser angegriffen werde, hatte ich ja schon direkt massiv U-Boote produziert. Mit massiv meine ich wirklich richtig massiv. Einheit bereit. Ihr könnt auch gerne den Sammelnkopf ein Stück schon mal da nach unten setzen. Hier kommt mit zur 1. Was sehe ich da? Dann macht hier Go. Wo ich mir das zu lange angucke und es schief geht, machen wir einfach direkt Go. Hat ja unerwartet gut geklappt. Okay, der da zuerst. Hinterweg. Ich hab mich grad schon gefragt, warum keine Angriffe erfolgten, aber ich hatte nicht richtig geklickt. Okay, passt. Einheit bereit. Da unten wieder sammeln. Einheit verloren. Die eine hab ich mir, glaub ich, selber grad zerstört, aber kann ich nicht ändern. Könnt ihr euch hier alle rappen? Einheit bereit. Können Sie, machen Sie auch. Perfekt. Einheit bereit. Hm? Einheit bereit. Läuft die Reparatur jetzt oder wartet er noch? Ich sehe an dem U-Boot noch keine Reparatur laufen. Einheit bereit. Bis jetzt repariert sich noch kein einziges U-Boot. Reparatur läuft. Ja, das ist das erste, was repariert wird. Einheit bereit. Einheit bereit. Dann reparieren wir noch die paar, die hier, äh, Reparatur brauchen. Einfach, weil wir es können und nutzen die Zeit, während wir warten, dass Schiffe gebaut werden. Und ja, ich muss ja sagen, ich fürchte ja fast, dass wir bald ein größeres Ressourcenproblem hier bekommen. Da bald keine Ressourcen mehr auf der Karte zur Verfügung stehen, vermute ich. Einheit repariert. Einheit bereit. Wo fährt der jetzt hin? Noch da unten. Okay. So, euch hier nochmal markieren. Ihr werdet die zwei. Könnt euch gerne, ähm, Einheit bereit. Da sammeln. Einer kam noch. Fahrzeug berichtet. Bereit. Da sammeln. Damit meine Sammler gemütlich durch die Basis fahren. Ich hoffe einfach, dass wenig Landungstruppen kommen und wenn doch welche kommen, dann reagiere ich drauf. Fahrzeug auf Worte. Und dann habe ich zumindest keine Sorge mehr, dass die Sammler sich hier gegenseitig blockieren, falls sie hier irgendwo anders abbauen. Einheit bereit. Und bis jetzt scheinen sie sich ja auch ganz akzeptabel zu verteilen. Alter, da war die Reparatur lange. Einheit repariert. Da weiß man, warum man nicht repariert. Wenn die Reparatur so unnötig lange dauert. Also ich habe, glaube ich, in der Zeit, wo gerade ein so ein U-Boot repariert wurde, habe ich, glaube ich, gerade drei U-Boote produziert oder so. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich mit den U-Booten überhaupt alles zerstören kann oder ob ich, ähm, nicht am Ende hier das brauche und übersetzen muss. Aber ich warte jetzt noch, dass die zwei repariert sind. Wir geben noch die Ressourcen für U-Boote aus. Von mir aus können wir aber noch euch dahin bringen und hier dahin und hier noch weiter Panzer produzieren. Für den Fall der Fälle, dass wir doch noch irgendwas überrennen wollen. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. eigentlich würde ich dir ja gerne alle das hier vorne abbauen lassen, damit das weg ist. Aber ich glaube, ich lasse es noch. Ich höre. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit repariert. So, gleich sind wir so weit. Und wir werden weiter alles produzieren. Wir gehen nur mit dem Trupp, den ich hier habe, erkunden. Auf dem Wasser. Was wir so entdecken. Und es geht los. Ähm, nur mit dem ein Ziel zu wissen, ob ich denn mit dem hier übersetzen muss oder nicht. Oder ob ich was anderes machen kann. Oder, oder, oder. Einfach nur dieses ganz banale ähm, ich muss wissen, was hier ist. Ziel. Und falls ich tatsächlich eine Basis entdecke, werden wir dort dann auch schon irgendwann landen. Irgendwann. Ich klicke einfach mal Just for Fun dorthin und schaue mal an, wie die fahren. Einheit bereit. Und sobald wir irgendwo das Erste entdecken, sammeln wir uns. Macht es nur ein dummes Gesicht, wenn die, ähm, Einheit bereit. Mich jetzt bei mir hinten an der Basis angreifen. Einheit bereit. Er fährt auch sehr zielstrebig nach links. Jetzt mal ganz ehrlich. fast schon ein wenig zu zielstrebig. Komm, fahrt mal nach da oben. Sagt mir mal, ob es da oben hingeht und wenn ja, uh, 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 uh. Wo es da oben hingeht. Alles klar. Da drauf und go. Einheit bereit. Einheit befördert. Und da drauf. Einheit befördert. Sehr schön. Sollen wir hier gucken. Unzureichende Credits. Ja, alles klar. Einheit bereit. Das sieht für mich aber schon so aus, als ob wir hier übersetzen könnten. So. Da kann ich nirgendwo hinklicken. Da kann ich hinklicken. Und dann fahrt ihr hoffentlich auch nach da oben. Machen sie. Perfekt. Also ich würde mal sagen, ich habe eigentlich alle Infos. Einheit bereit. Die Info, die noch fehlt, ist, wie viel Dev auf dem Wasser brauche ich? Ich würde mal sagen, wir brechen da mal ab. Produzieren hiervon mal noch so viele. Produktion läuft. Hier oben scheint es nicht weiter zu gehen. Einheit bereit. Ja. Einheit bereit. Nun jetzt mache ich Klick dahin und dann müssten die theoretisch wieder einmal verkehrt rum an der ganzen Insel vorbeifahren und gehen dabei erkunden. Jetzt produziere ich davon absichtlich... Nee. Falsches Schiff. Davon will ich was produzieren. Komm, mach gleich vier. Äh, dahin. Und dann setzen wir gleich einmal über und entdecken und erkunden das Ganze auf dem Land, würde ich sagen. Ja, komm. Bevor wir jetzt hier... Zu viel, oder? Ja, wir erkunden das auf dem Land. Wieder nach hier unten. Ähm. Jetzt war er auch. Einheit bereit. Ei, 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 das wird was werden. Aber gut. Wir haben die wichtigsten Infos. Äh. Die Flotte zu zerstören, was ist denn alles kein Thema mehr? Das ist nur eine Frage von Timing. Mehr ist das nicht. Bereit, Genosse. Und eine Frage von... Einheit bereit. Genosse. Unzureichende Credits. Wie kriege ich euch hier rüber gesetzt? So, wenn ich jetzt die da reinschicke. Kriegt ihr das geregelt, oder? Nein. Kriegt ihr nicht hin. Schiff meldet sich. Schiff, oder? Warte auf Position. Warte auf Position. Bereit. Bereit. Position wird geregelt. So, ich verteile einfach mal. Einheit bereit. Die Schüge. Kepzeln bestätten. Einheit bereit. Die Panzer in den Schiffen. Warte auf Position. Auf geht's. Bereit. Fahrzeug. Auf geht's. Oka. Auf geht's. Position. Position bestätten. So, da rein. Einheit bereit. Da rein. Auf geht's. Auf geht's. Position wird geändert. Fahrzeug auf changes. Auf geht's. So, ich hoffe, ich habe alle. Auf geht's. Position wird geändert. Einheit bereit. So da hin. Der ist voll. Da rein. Du auch noch. Einheit bereit. Und du da zurück. Ihr bekommt einmal die 3. Und fahrt mal da hin. So und wir werden auch gleich noch den restlichen Trupp hier unten abholen. Eins nach dem anderen. Ich muss nur aufpassen, dass ich die jetzt vielleicht nicht unbedingt hier absetze, sondern irgendwo hier oben. Wo keine, keine Verteidigungstürme stehen. Alter, sind die langsam. Einheit bereit. So, hier hin. Hoffentlich ist da nichts. Sieht soweit safe aus. Dann. Einmal alle entladen, wenn er. Einheit bereit. Ich höre. Navigieren. Schiff bereit. Bestätigt. Fahrzeug. Auf geht es. Schiff mehr. Schiff mehr. Bestätigt. Nee. Ich höre. Du raus. Du bleibst mal noch hier. Schiff bereit. Du raus. Und du raus. Du musst dich noch entladen. Einheit bereit. Schiff mehr. Bestätigt. Und ihr zurück. Ihr werdet jetzt die neue Eins. Warte schon mal das da kaputt machen. Ihr. Fahrt. Dahin. Und ihr werdet jetzt die Vier. So. Einheit bereit. Dann kann ich nämlich jetzt gleich hier unten landen. Und kann in aller Ruhe alles platt machen. Sehr schön. Das. Läuft doch gut. Sozusagen noch eine zweite Armee rüber. Das heißt läuft gut. Das war jetzt nichts besonderes. Noch eine zweite Armee rüber. Und dann werden wir hier. Großen Angriff wagen. In der Hoffnung. Dass das schon ausreicht. Aber. Wie ihr seht. Es ist 20 Minuten rum. Das heißt. Wir gehen einmal in die nächste Folge. Dann machen wir hier den großen Angriff. Ich bedanke mich jetzt soweit fürs Zuschauen. Lass noch einen Daumen nach oben. Da unten. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie immer. Über jeden Scheiß. Und sag wie immer zum Schluss. Tschö. Tschö.